Sekt statt Selters gab es in diesen Tagen im Werner-Forstmann-Krankenhaus. Und es gab auch wirklich etwas zu feiern. Denn trotz knapper Kassen im Land Brandenburg kam Gesundheits- und Sozialminister Günther Baske in unsere Stadt und hatte eine wirklich gute Nachricht mitgebracht. Es gab heute einen Bewilligungsbescheid für das Forstmann-Krankenhaus, 21,5 Millionen. Der Landkreis legt nochmal 2,3 Millionen dazu. Damit wird es gelingen, diesen ganzen Abschnitt Neubau sozusagen abzurunden. Wir werden dann sozusagen komplett sein, was den Neubau angeht. Und weithin sichtbares Zeichen dieses Neubaus wird sein Hubschrauberlandeplatz. Behandlung, Therapie wird wesentlich besser, auch in der Pflege. Das heißt, in der Hotellerie kommen wir ein großes Stück voran. Das heißt, am Ende bleibt hier noch die Sanierung des Altbaus und damit ist das Forstmann so gut wie fertig. Landrat Bodo Irke konnte ob dieser Bewilligung der Finanzmittel sehr zufrieden sein. Kann doch mit dem Bau des vierten Abschnitts im Krankenhaus ein Vorhaben zum Abschluss gebracht werden, das bereits vor über zehn Jahren seinen Ausgangspunkt hatte. Also wir freuen uns sehr, dass es jetzt gelungen ist, tatsächlich die Zielplanung, die wir ja 1993 schon aufgelegt haben, zu Ende bringen zu können. Immerhin haben wir vier Bauabschnitte geplant und das ist jetzt der vierte und der letzte. Insgesamt sind damit 105 Millionen Euro Investitionen in dieses Krankenhaus geflossen. Und dieser letzte Bauabschnitt hat nochmal einen Umfang von 21 Millionen und wird damit das gesamte Areal hier abrunden und damit die Versorgung auf den allerhöchsten Stand bringen. Und das ist natürlich eine große Freude für uns, denn das Forstmann Krankenhaus ist die wichtigste medizinische Versorgungseinrichtung in unserem Landkreis. Die Zahl der Patienten, die ihr Vertrauen dem Klinikum Barnim schenken und die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist in den zurückliegenden Jahren erheblich gestiegen. Die Ursache sieht die Klinikleitung vor allem darin, dass das Leistungsspektrum qualitativ immer besser geworden ist. So zeigt sich dann auch der Geschäftsführer sichtlich erfreut über den nun folgenden Erweiterungsbau. Na, ich bin ja hier angefangen in Eberswalde, weil das ein Krankenhaus ist, das in die Zukunft gerichtet ist schon und das bisher erfolgreich gearbeitet hat und in dem die Projekte, die erforderlich sind, um die weitere Zukunft zu bestehen, schon angeschoben waren. Und jetzt kann ich schon ein bisschen was von dem ernten, was meine Vorgänger hier gesät haben. Das ist doch sehr erfreulich. Gegenwärtig arbeiten im Werner-Forstmann Krankenhaus 820 Schwestern, Pfleger, Ärzte und technisches Personal. Somit gehört die Einrichtung zu den größten Arbeitgebern der Stadt und der gesamten Region. Das soll auch in Zukunft so bleiben. Dass hier in Zusammenarbeit mit Kreis und Land so positiv entschieden wurde, den nächsten Bauabschnitt hierher zu bekommen, es gibt ja noch wieder neue Arbeitskräfte her, die wir in unserer Region dringend benötigen, bedeutet natürlich auch, dass die Stadt sich mit allem, was sie hat, dahinter stellen wird, dass sie sich für die Leute, für die Arbeitgeber stark machen wird und auch immer ein Gefühl versucht zu vermitteln, dass wir sehr froh sind, sie hier in unserer Stadt zu haben. Voraussetzung dafür ist natürlich auch, dass die Krankenhäuser und anderen medizinischen Einrichtungen die Zeichen der Zeit erkennen und wirtschaftlich arbeiten. Zu diesem Thema fand in dieser Woche ein Kolloquium im Klinikum Barnim statt, an dem Ärzte aus dem gesamten Land teilgenommen haben. Das Kolloquium hat ja zum Thema insbesondere die integrierte Versorgung, das heißt die fachbereichsübergreifende Versorgung zwischen niedergelassenen Ärzten, Krankenhäusern, Reha, Kliniken und anderen Anbietern im Gesundheitswesen. Das ist genau der Bereich, der in der Vergangenheit immer als unwirtschaftlich in der Kritik stand. Beispiel ist immer beim Niedergelassenen wird ein Röntgenbild gemacht und sobald man ins Krankenhaus kommt auch nochmal. Und das ist genau der Ansatz, den die integrierte Versorgung zukünftig vermeiden will. Der vierte Neubauabschnitt im Krankenhaus wird aber nicht die letzte Baumaßnahme sein. Das altehrwürdige Auguste-Victoria-Heim soll sozusagen als fünfter Bauabschnitt dann auch noch saniert werden. Aber dieses Vorhaben wird noch ein wenig auf sich warten lassen. Wir werden Sie dann natürlich wieder darüber informieren.